Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily. Ein Rendezvous am Mittag, gewissermassen unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 5. April 2024. Ich erlaube mir, Sie noch einmal zu behelligen aufgrund der sehr interessanten Nachrichtenlage. Es gibt so vieles, was nicht unerwähnt und nicht unkommentiert bleiben darf. Ich starte mit Stefan Homburg, Ihnen bekannt als auch gelegentlicher Autor der Weltwoche. Und er hat auf Twitter bzw. auf X folgende interessante Wortmeldung gepostet. Der Verfassungsschutz hat 60 V-Leute, Verbindungsleute in die AfD Brandenburg eingeschleust und mehrere hundert in Bayern. Äusserungen dieser V-Leute schaden dem Ruf der AfD, erleichtern ein Parteiverbot und ermöglichen es, echte Mitglieder per Kontaktschuld zu erledigen, undemokratisch. Hintergrund, ein Versuch, die NPD zu verbieten, scheiterte 2003 vor dem Bundesverfassungsgericht, weil das Gericht wegen der Unzahl von V-Leuten nicht feststellen konnte, ob die NPD selbst verfassungswidrig agierte. Ja, die haben so viele Agent-Provokateur in diese NPD hineingestopft, dass das deutsche Verfassungsgericht zum Schluss kommen musste, es ist gar nicht mehr möglich zu unterscheiden, ob die Verfassungsfeinde eigentlich da von dem Verfassungsschutz abgestellt worden sind oder von der NPD. Da führt sich natürlich dieses Instrument, das von einer löblichen und auch historisch nachvollziehbaren Absicht getragen ist, nämlich die deutsche Demokratie zu verteidigen, da führt sich dieses Gremium des Verfassungsschutzes selber ad absurdum. Die rasen sozusagen Faden gerade in Grund und Boden hinein mit diesem merkwürdigen Vorsitzenden Thomas Haldenwang, der kürzlich ja sich als Gesinnungspolizist geoutet hat in einem Artikel in der FAZ. Das ist nicht, meine Damen und Herren, das ist nicht der Auftrag eines Verfassungsschutzes, sich derart zu betätigen, eben mit Pfauleuten, mit Verbindungsleuten, mit Schleusern da gewissermassen sich einzunisten, um dann eben so eine Partei dann auch noch anzustacheln, um sie an den Pranger zu liefern. Was sind das für Praktiken, was sind das für Provokationen, die da vom Staatsschutz betrieben werden, vom angeblichen Staatsschutz, der selber zur Bedrohung, zur staatsgefährdenden Verfassungsfeindlichen geradezu Organisation zu werden droht. Das gleiche Deutschland übrigens, das es ja nicht schafft, in der Migrationspolitik jene Migranten auszusortieren, die dann als Terroristen aktiv werden. Also das ist dermassen absurd, das hat schon fast, wenn es nicht so ernst wäre, komödiantische oder tragikomische Züge, Stefan Homburg mit dieser wichtigen Einlassung. Man muss immer wieder sagen, das öffnet den Leuten die Augen, die Leute realisieren das, wie hier sozusagen Goran Publico, diese Behörden sich selber entzaubern, gewissermassen sich entkleiden, nackt dastehen, bis auf die Unterhosen sozusagen, mit abgesägten Unterhosen darüber hinaus. Auch noch, das hat schon sehr erhellende und entlarvende Wirkung, würde ich annehmen. In Schottland geht es in die gleiche Richtung. Da ist ja der sogenannte Hate Crime Act verabschiedet worden. Sprechverbote werden da verhängt, vor allem im Gender-Bereich. Und jemand, der sich da stark dagegen engagiert, der sich engagiert für das freie Wort, ist die weltbekannte Schauspielerin, Schriftstellerin, Entschuldigung, J.K. Rowling, die ja die Harry-Potter-Romane geschrieben hat. Eine sehr beeindruckende Frau, die als arbeitslose, alleinerziehende Mutter in Edinburgh Cafés, wenn ich richtig informiert bin, diese Romane geschrieben hat. Diese wunderbare Geschichte des Zauberlehrlings Harry Potter, der dann gegen den Bösewicht Lord Voldemort am Schluss den Sieg davonträgt. Lord Voldemort, derjenige, dessen Name man gar nicht aussprechen darf. Ja, dieses Voldemort-Syndrom, das findet sich immer öfter auch in der Wirklichkeit, in der Politik, wo es nicht mehr erlaubt zu sein scheint, die Namen bestimmter Parteien überhaupt nur auszusprechen. Und J.K. Rowling schreibt nun, Women gain no additional protections, of course. Also Frauen würden dadurch überhaupt nicht geschützt. Aber, but well-known trans-activist Beth Douglas, darling of prominent Scottish politicians, falls within a protected category. Also kein Schutz für die Frauen, aber eine sehr bekannte Trans-Aktivistin, darling der Politiker, die Beth Douglas, die würde da unter eine Schutzkategorie fallen. Joanne K. Rowling, die ja ganz massiv angefeindet wird, weil sie sich für die freie Rede einsetzt. Ja, das ist ein neuer McCarthy-Geist. Ist ja an sich auch nichts Neues unter der Sonne. Eine Verschärfung, eine Verideologisierung und Vermoralisierung der Öffentlichkeit. Das sind eben auch so einerseits Wohlstandsphänomene, aber sie kommen natürlich von links. Ist auch Ausdruck der Tatsache, dass die Linken eben spüren, dass ihnen die Fälle davon schwimmen und dass sie da angeschossen wie ein weitwundes Raubtier gewissermassen in der Ecke lauern und alles anfauchen und ankratzen, was sich ihnen entgegenstellt. Die Nachdenkseiten, die haben wir hier auch schon oft lobend erwähnt. Zurecht, ich schätze sehr die Arbeit von Albrecht Müller und seinen Kollegen. Und jetzt ein Artikel, der einen auch wieder stutzig werden lässt über das, was da in Deutschland passiert. Der Botschafter der Ukraine greift die Berliner Zeitung an, diffamiert Mitarbeiter und ruft zum Boykott auf. Was sagt die Bundesregierung, fragt der Nachdenkseitenautor Florian Warweg. Der aktuelle ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeyev, hat in einem ziemlich einzigartigen Akt der Einmischung in die Berliner Zeitung die Berliner Zeitung und deren Berichterstattung verbal attackiert. So bezeichnet er die Zeitung unter anderem mit Verweis auf deren angeblich tendenziöse Berichterstattung, also Radio Moskau, versuchte neuen Redakteure und Autoren namentlich zu diffamieren und rief zum Boykott der Zeitung auf. Meine Damen und Herren, was immer das ist, mit Demokratie, mit einer freiheitlichen Grundeinstellung, hat das überhaupt nichts zu tun. Und es ist auch ein Zeichen von Undankbarkeit. Ich meine, Deutschland ist immer noch ein pluralistisches, demokratisches, freiheitliches Land, dessen Regierung sich entschieden hat, massiv die Ukraine zu unterstützen. Nicht mit Langstreckenraketen, mit Marschflugkörpern vom Typus Taurus. Das treibt da die Leute in Kiew auf die Palme. Aber Kanzler Scholz hat seine guten Gründe, dass er das nicht tut. Er wird von den eigenen Medien deshalb kritisiert. Die Berliner Zeitung kritisiert ihn da nicht. Er ist eine der wenigen Stimmen, die etwas andere Akzente setzt. Und jetzt kommt er also im totalitären Geist, ja im Sowjetgeist gewissermassen, kommt dieser Botschafter der Ukraine. Das erinnert ja an den Vorgänger, der ja da unter anderem den Kriegsverbrecher Bandera abgefeiert und dem gehuldigt hat. Und das zeigt ihnen einfach, dass diese Ukraine eben nicht die lupenreine Demokratie ist, die man bei uns in den Medien immer wieder verklärt, die man da sozusagen bengalisch beleuchtet. Das ist eine Demokratie, bei der der Präsident ja die Wahlen jetzt verschoben hat, gar nicht stattfinden lässt. Am letzten Sonntag hätten ja Wahlen stattfinden müssen, die aber nicht stattgefunden. Wo ist die Demokratie? Wo ist die Pressefreiheit? Er geht gegen missliebige Journalisten vor. Da sind die Oppositionsparteien verboten worden. Und das reden ihnen deutsche Zeitungen ein. Sei nun der Vorposten der Aufklärung des Westens und der Demokratie. Das ist einfach Lug und Betrug, der da passiert. Und auch das ist eine Nachricht, die einfach nur dokumentiert und zeigt, in welche Richtung das läuft. Das heisst nicht, verstehen Sie mich richtig, dass ich es deshalb gerechtfertigt fände, was die Russen machen und dass sie da einmarschieren. Ich schlage mich da auf keine Seite. Aber ich schlage mich eben auch nicht auf die Seite einer Ukraine, die da verklärt wird zur hochwohlöblichen, blütenreinen Demokratie, die sie nicht ist. Damit tut man eben auch diesem Land keinen Gefallen mit diesen falschen Projektionen. Nach klarer Kante von Thomas Rabe, das ist der Bertelsmann-Chef, wie Springer, Spiegel, FAZ, Funke, Burda und ARD mit der AfD umgehen. Ja, mit der AfD, der Umgang mit der AfD. Das erinnert schon fast an den Umgang mit einer ansteckenden, tödlichen Krankheit. An ihren Worten könnt ihr sie erkennen. Das ist unglaublich. Und der Bertelsmann-Chef Thomas Rabe hat nun gesagt, die Werte seines Konzerns würden sich nicht vertragen mit den Werten der AfD. Er hat aber nicht gesagt, was diese Werte sind. Er hat das auch nicht belegt. Er hat das einfach behauptet. Und er hat auch gesagt, was ich ziemlich happig finde, dass Mitarbeiter im Konzern die Sympathien für die AfD hätten. Die müssten sich überlegen, ob sie da noch am richtigen Ort seien. Meine Damen und Herren, was ist denn das für ein Geist, der sich da in Deutschland ausbreitet? Also entweder man stellt sich hin und sagt, so, jetzt verbieten wir diese AfD. Da muss man das aber auch beweisen, gerichtsfest beweisen. Und nicht einfach so behaupten, hinausplappern in dieser stigmatisierenden Art und Weise. Oder aber, wenn man das nicht macht, ja dann steht man auf dem Boden der Demokratie und dann hat man gefälligst zu akzeptieren, dass es auch Parteien gibt, die einem nicht passen. Und dann hat man vor allem als Medienkonzern nicht die Aufgabe, die Leute zu verfolgen und zu diskriminieren, die allenfalls Sympathien, heimliche oder öffentliche haben wie so eine Partei, sondern man hat zu analysieren und mit denen zu sprechen, warum sie denn diese Partei für eine Alternative halten zu dem, was da in Deutschland passiert. Und da, meine Damen und Herren, braucht man nicht sehr viel Fantasie, um sich ein paar Gründe zu überlegen, warum da einige Deutsche tatsächlich sich eher mit der AfD und deren Programm anfreunden können, als mit dem, was sie sonst da im deutschen Mainstream erleben. Das geht doch nicht, dass man das dermassen verketzert, da wird eine regelrechte, eine Inquisitionsstimmung, ja wird da hochgezogen. Da sind wir wieder im Mac-Carthiismus, bei der Hexenjagd. Wir haben heute eine Hexenjagd gegen rechts, meine Damen und eine Hexenjagd gegen rechts. Früher waren es die Rechten, die Hexenjagden auf Linke gemacht haben. Das ist genauso verwerflich, genauso undemokratisch und genauso falsch, wie das, was heute passiert. Und dass die ach so empfindsamen und sensiblen und freiheitsliebenden Medien da mitmachen, von den Öffentlich-Rechtlichen bis zu allen anderen, aber die Öffentlich-Rechtlichen, da haben wir heute Morgen gehört, die demonstrieren dagegen, die machen einen Aufstand, dass die Medien dagegen stehen, dass sie sich dermassen da auf Konfrontationskurs, auf Kollisionskurs begeben, das wird, glaube ich, früher oder später diese Medien auch noch heimsuchen. Wechseln wir in die Schweiz. Grenzt sich die junge SVP zu wenig von Rechtsextremismus ab? Die SVP schweigt nur einer nicht. Ein fürchterliches Theater wird jetzt da gemacht um die junge SVP und es ist kein Zufall und auch kein Wunder, dass die neue Zürcher Zeitung hier mitmacht. Sie versucht jetzt auch die SVP braun anzuschmieren. Warum? Weil da eine Exponentin der jungen SVP, die zur Chefstrategin ausgerufen wird, als ob sie da der SVP den Kurs vorgeben könnte. Also ich bin auch SVP-Mitglied, ich war Nationalrat für die SVP und ich habe von dieser Person noch gar nie etwas gehört. Das spricht jetzt nicht gegen diese Person. Ich sage das nicht als Überheblichkeit, aber nur etwas, um die Bedeutung hier vielleicht etwas ins richtige, ins rechte Licht zu rücken. Und offenbar hat diese Person, eine Frau, die dalliert ist mit dem Chef der jungen SVP, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen ein Problem, dass da ein Pärchen sozusagen sich anschickt, bei der Partei ein bisschen die Geschicke zu leiten. Aber das wäre ein anderes Thema. Nein, hier hat diese Frau offensichtlich Kontakt gehabt zu diesem Martin Sellner. Ja, ist jetzt das verboten, mit einem Martin Sellner zu sprechen? Sind wir jetzt auch schon auf diesem Irrtrip der Kontaktschuld? Sind wir jetzt auch dabei, durchzudrehen, wie sie in Deutschland durchdrehen? Ich kann doch mit jedem sprechen in der Schweiz, mit dem ich will. Mit einem Linksextremen, mit einem Rechtsextremen. Ich kann mich mit einem Verrückten, mit einem Wahnsinnigen, ich kann mich sogar mit einem Mörder treffen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Das Problem entsteht erst dann, wenn ich mir vielleicht die falschen Meinungen und Handlungsweisen meines Gegenübers zu eigen mache. Aber dass ich mit jemandem rede und vielleicht auch mit einem Martin Sellner rede, der sich zum Beispiel mit Migrationspolitik auseinandersetzt. Ich darf mir doch das mal anhören. Ich kann ja nachher zum Schluss kommen, das ist nicht der schweizerische Weg, deshalb machen wir das nicht. Aber sozusagen die Person auszugrenzen, nicht mit denen zu sprechen und ganz generell, wie das hier gemacht wird, die Rechtsextremen sozusagen auf die Leprastation der Öffentlichkeit zu überfördern, das ist doch völlig undemokratisch. Ich meine, die SVP hätte, wenn schon, den Auftrag, diese sogenannten Rechtsextremen zu demokratisieren, also erst recht mit denen zu reden und versuchen, sie zu überzeugen, um sie ins demokratische Spektrum hineinzunehmen, zu zivilisieren gewissermassen, so überheblich das klingt, das hat man ja auch gemacht auf der linken Seite. Und man hat beispielsweise bei den Grünen in Deutschland hat man immer gesagt, das sei ein zivilisatorischer Fortschritt, dass die Grünen da die Strassenkämpfer, der Joschka Fischer war selber ein Steinewerfer, dass man die sozusagen in die Legalität des demokratischen Rechtsstaats eingespurt hat. Und wenn wir dann anfangen mit dieser Kontaktschuld, dass man gar nicht mehr mit den Leuten reden darf, dann sind wir in einem totalitären System, meine Damen und Herren. Das ist einfach unglaublich und dass eine NZZ als liberales Blatt da mitmacht, ja das geht eben darum, dass sie kein liberales Blatt ist, sondern ein FDP-Blatt und die möchten mitmachen bei dieser Anschmierung der SVP. Also da darf man sich auf keinen Fall distanzieren. Ich meine, wer sich distanziert, gibt ja schon zu, er hat ein Problem, oh da war ich offenbar zu nahe dran. Distanzieren Sie sich von dem. Wieso muss man sich von etwas distanzieren? Muss ich mich distanzieren, wenn ich einen schlechten Film geschaut habe? Muss ich mich von einem Arzt distanzieren, der mir einen Knochenbruch geflickt hat, wenn mir seine Meinung zu bestimmten Themen nicht passt? Wo sind wir hier, meine Damen und Herren? Was passiert da draussen in der Schweiz? Kein Fussbreit da. Diesen Abgrenzern und diesen, ja, diesen Lepra-Ärzten da der Demokratie, die gar nicht merken, wie undemokratisch sie eigentlich sind. Noch ein paar Kurzmeldungen aus aktuellem Anlass. Interessant bleibt der Abgang von Pascal Tischhauser, dem Politchef beim Blick, ich habe darüber gesprochen, der wird zum Generalsekretär der grün-liberalen Partei, wird dorthin wechseln. Lustig ist die Begründung von Sermin Facki, seiner Partnerin und Co-Politchefin beim Blick. Also, wenn wir schon von Verbandelungen bei der jungen SVP sprechen kritisch, dann könnte man ja auch einmal die Verbandelungen da in den Redaktionen etwas genauer unter die Lupe nehmen und diese Politchefin, die geht nun ebenfalls vom Blick. Da wechseln ja jetzt sehr viele, eine Art Exodus scheint da stattzufinden. Sie mache dies aus Gründen der Unabhängigkeit. Unabhängigkeit und Ringje, das ist einigermassen lustig, um nicht zu sagen, einigermassen zum Schreien, wenn man an die Nähe des Verlags zum Bundesrat, Altbundesrat Berset denkt während der Corona-Zeit. Das waren ja Standleitungen, kommunizierende Röhren, die gingen ja Händchen halten, da die Journalisten und die Berset-Leute durchs Bundeshaus und auch der Oberste Ringje-Chef, der Marc Walter, der war ja auf hautnahe, engster, intimster Durchfühlung da mit Berset in Corona-Zeiten. Oder denken wir daran, dass der Blickmitarbeiter Christoph Lenz und die frühere grüne Gemfer Ständerätin Lisa Mazzone ein Paar sind oder der frühere Blickmann Joelle Wittmer und dessen frühere Partnerin die grüne Nationalrätin Aline Trede. Aber wie gesagt, Sermin Facki, sie will unabhängig sein. Da sind komödiantische Facetten im Spiel. Beben in der Zürcher Spitallandschaft, das vom privaten Trägerverein Eleonorenstiftung geführte Kinderspital Zürich-Kischbi will vom Kanton Zürich ein Darlehen von 100 Millionen Franken, nachdem es kürzlich schon 150 Millionen erhalten hat. Sie wollten noch weitere 70 Millionen als Subvention wegen des Neubaus, was nicht bewilligt wird. Ansonsten ginge das Kisby pleite und es sei systemrelevant. Darum will der Kanton das Darlehen nun gewähren. Die finanziellklamme Situation des Universitäts-Kinderspitals hinterlässt insofern einen Schalen-Nachgeschmack, als ein Neubau getätigt wurde, der sündhaft teuer war und für den auch die teuersten Architekten der Schweiz verpflichtet worden sind, wer wohl Herzog und Dömerow. Zu allem Unglück riecht der Skandal etwas nach FDP-Filz mit Altstadtrat Martin Vollenwieder und Altfraktionschef Thomas Vogel an der Spitze der Kisby-Stiftung. Nicht bewilligt wurde ein Darlehen über 180 Millionen Franken ans Spital Vezikon, das vollumfänglich von den Oberländer Gemeinden getragen wird und unter dem Präsidium von FDP-Kantonsrat Jörg Kündig steht. Die Sicherstellung der finanziellen Stabilität der Spitäler ist Aufgabe und Führung und Trägerschaft dieser Spitäler. Die Gesundheitsdirektion unter Regierungsrätin Nathalie Rickli scheint nun durchzugreifen. Die haben da intensive Abklärungen, wie man diese finanziellen Notlagen, die auch eben durch architektonische Luftschlösser gewissermassen und Zauberbauten verursacht worden sind, dass man diese Notlagen hier genauer untersucht. Der Tagesanzeiger ruft wegen der US-Bussen gegen Schweizer Rohstofffirmen dazu auf, diese noch viel mehr zu regulieren. Das ist unglaublich, man könnte ja auch einmal die erpresserische Wirtschaftspolitik der USA hinterfragen, statt die bald noch einzige grosse wertschöpfende Branche in der Schweiz zu vertreiben. Und diese ist garantiert rasch in Singapur oder in Dubai, möchte sehen, wie dann der Tagesanzeiger Sozialstaat ohne die Steuermilchkühe der Rohstoffbranche finanzieren will. Doch der Tagi bedauert lieber, dass das bürgerliche Parlament einen grünen Vorstoss versenkt hat, der die Rohstoffbranche ähnlich wie die Banken und Versicherungen mit einer Aufsichtsbehörde überwachen wollte. Nochmals zum Tod des früheren Churer Bischofs Vitos Huonder. Für viele ein Leuchtturm, der in der Brandung der Zeit nicht wankte. Raphael Rauch wirft im Blick dem Verstorbenen allerdings noch einmal Dreck nach. Zitat Sein Weihbischof Marian Eleganti hingegen schreibt, ich zitiere, was viele vielleicht nicht wissen, Bischof Vitos war ein sehr guter Beichtvater mit Betonung auf der zweiten Hälfte des Wortes Vater. Er war ein sehr geduldiger Zuhörer, der einen nie unterbrochen hat. Seine Ratschläge auf dieser geistlich-sakramentalen Ebene waren wirklich weise, verständnisvoll und absolut nicht streng, sondern klug und gütig nein erleuchtet. In seiner Verkündigung war Bischof Vitos ein verlässlicher Diener der Glaubenswahrheit. Viele Gläubige schätzten und bewunderten dies an ihm. Schläge hatte er bereitwillig hingenommen, üble Nachrede und Demütigungen auch. Retrospektiv kann ich bezeugen, dass ich aus seinem Mund nie das leiseste böse oder abschätzige Wort über einen Menschen, vor allem nicht über seine entschiedenen Gegner vernommen habe. Er hat einfach nie schlecht über andere Personen geredet, egal wie sie zu ihm standen. Bei Tisch konnte er humorvoll und situativ sehr ironisch sein, was mich manchmal überraschte. Im Gegensatz zu meinem eigenen Temperament war er immer moderat, das heisst selbstbeherrscht. Er konnte lange zuhören, man durfte die eigenen Argumente vor ihm ausbreiten, minutenlang. Er hat sie angehört, aber eventuell danach das Gegenteil von dem gemacht, was man selbst wünschte. Er behielt seine letzte Unabhängigkeit im Urteilen und im Handeln und liess sich deshalb nicht immer in die Karten schauen. Mein Eindruck, Marianne Eleganti, Weihbischof über den Bischof Vitus Huander. Europaallianz von Operation Libero und Grünen will die europäische Integration in der Bundesverfassung verankern. Wir haben darüber gesprochen und den Bundesrat ermächtigen, EU-Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Interessant, Ehrsenioren sind da dabei, ein Landsturm gewissermassen, der sein Leben im Staatsdienst verbracht hat, in der Schweiz ganz sicher besser besoldet als in jedem Einzelnen der gelobten und geliebten EU-Staaten. Mit dabei sind Hans Werder, 78, langjähriger Generalsekretär im UVEC, heute geführt von Bundesrat Rösti, Thomas Gotti, 74, ehemaliger Professor in Bern, Rönne Rinoff, 81, Altprofessor und Ständerat, Tim Guldimann, 73, Ex-Botschafter und SP-Nationalrat. Ein sehr guter Artikel in der NZZ, Zitat, «Kurti führt Kosovo ins Abseits, endlich einmal ein kritischer Bericht über den sozialistischen Nationalisten, der ständig Alleingänge gegen Serbien unternimmt und westliche Schutzmächte mit seinen Alleingängen vor den Kopf stösst. Den Preis bezahlt die internationale Schutztruppe KFOR und die fast 200 Mann der Swisskoi, die im Kosovo einem dysfunktionalen Staat im Einsatz stehen. Albin Kurti neige zu einem gewissen Autismus und sei ausserstande, die Realitäten zu akzeptieren. Dies ein kritischer Kommentar in der Neuen Zürcher Zeitung. Im Tagesanzeiger lesen wir ein Interview mit der früheren NATO-Strategin der deutschen Stefanie Babst. Schon der Titel zeigt, wohin die Reise geht. Ich zitiere, Russland hat uns den Krieg erklärt. Zitat Ende. Nein, Russland hat der NATO überhaupt nicht den Krieg erklärt. Denn noch immer, das ist Frau Babst möglicherweise entgangen, gehört die Ukraine nicht zur NATO. Ihr ist auch entgangen, dass Kriege seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr mit einer Kriegserklärung beginnen, vor allem nicht jene Kriege, welche NATO-Staaten seit 1945 zu Dutzenden, wenn nicht zu Aberdutzenden geführt haben. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily Spezial Rendezvous am Mittag, Sondersendung mit vielen interessanten Zusatzthemen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt aber wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Samstag mit den Meilensteinen der Schweizer Geschichte. Ich verabschiede mich nach Arosa. Dort werden wir mit Weltwoche Lesern und Weltwoche Abonnenten ein wunderbares Wochenende in den Bergen feiern. Immer noch Schnee, aber bei jetzt langsam steigenden Temperaturen und mit Beppe Lienhard und seinem glamourösen Orchester und dem Hotelier und Unternehmer Urs Wirtisbach. Ich freue mich darauf und vielleicht sehe ich auch den einen oder anderen von Ihnen in Arosa. Das würde mich freuen. Ihnen allen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie unabhängig kritisch und vor allem bleiben Sie gut gelaunt. Bis bald.